Der zweite Schritt war dann, und das ist auch ein Kommunikationsfehler, den auch Wissenschaftler mitgemacht haben, muss ich sagen, dass man gesagt hat, es gibt sowas wie Herdenimmunität und wir sind in der Lage, dass wir durch die Impfung uns die Freiheit wieder erkämpfen können. Impfen für die Freiheit. Wenn Sie sich an diese Werbespots erinnern, die in Primetime vor 8 Uhr gelaufen sind, finanziert vom Bundesgesundheitsministerium und natürlich beraten von der oberen Bundesbehörde für Gesundheit, also dem Robert-Koch-Institut. Da sahen Sie dann Massen von Menschen bei irgendwelchen Rock-Konzerten, wenn ich das richtig erinnere, die da geschunkelt haben, weil sie alle geimpft sind, ohne Maske, ohne Abstand und ohne alles. Zu diesem Zeitpunkt war bekannt, und zwar aus Israel unter anderem, dass selbst wenn Sie eine weitgehend geimpfte Bevölkerung haben, Sie eben durch die Impfdurchbrüche, die es schon immer gab und die bei der Delta-Variante mehr geworden sind, auch weil die Impfstoffe leider nicht mehr ganz optimal sind, durch die Impfdurchbrüche kriegen Sie dann auch Kranke und kriegen Schwerkranke und kriegen vor allem diese Infektionswelle nicht in den Griff. Sodass wir eben das zweite Phänomen hatten, dann hat man die 2G-Veranstaltungen quasi eingeführt, weil man wollte ja dieses Impfversprechen einlösen und hat dann den Geimpften und Genesenen, das ist ja eine Minderheit, gesagt, ihr dürft zusammen sein in riesigen Partys. Ich erinnere mich, da gab es dann in so einem Club in Berlin mal so einen Ausbruch, wo das Gesundheitsamt, wenn ich das richtig erinnere, über 2000 Infektionsverdächtige hatte. Die wurden dann aber erst zwei Wochen später angeschrieben und solche Beispiele gibt es ja massenweise. Da war das falsche Versprechen dahinter und das ist bis heute noch in der Bevölkerung. Und wenn ihr geimpft seid, dann tragt ihr nicht mehr bei zu dieser Welle und das kam vom Robert-Koch-Institut. Die haben ja geschrieben auf ihrer Webseite, dass die Geimpften keinen wesentlichen Beitrag zum Infektionsgeschehen mehr lassen. Das ist auch interessant, wenn man sich mal genau hinguckt, was, wann, wo geschrieben wurde und was jetzt auch sozusagen so verschwindet, ohne dass es groß auffallen soll. Das ist inzwischen weg, ja. Genau, dieser Satz ist weg, aber der stand da sehr lange auf dieser Hundswett-Straut. Der war fett gedruckt und wurde auch vom Verwaltungsgericht Berlin in diesem bekannten Verfahren verwendet als Begründung. Da haben sich Leute gegen 2G geklagt oder beziehungsweise einen einstweiligen Antrag gestellt und dann haben die gesagt, nee, nee, das Robert-Koch-Institut sagt ja, die Geimpften tragen nicht mehr wesentlich bei und deshalb ist 2G berechtigt. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown.